Na, hallo. Es gibt leider ein kleines Problem. Ja, schon wieder. Und zwar kommt heute und morgen kein richtiges Video auf meinem Kanal ganz einfach aus dem Grund, weil ich mega viel zu tun habe. Und zwar liegt das an der Schule. Die Schule ist wieder mal ein Arschloch und verlangt von mir ziemlich viel. Nur wegen diesem scheiß Buch habe ich keine Zeit. Oh, bitte küss mich. Oh ja, das werde ich, Baby. Und ich werde die Donbäum-Liebe machen, Film. Und deshalb wird sich das Ganze verschieben. Nebenbei aber nochmal wirklich Danke für 20.000 Abonnenten. Das ist echt eine super heftige Zahl. Und die Brokkoli-EP, die ich schon auf Twitter angekündigt habe, wird daher auch...